Hallo liebe Kinder, ich bin Joachim Friedrich. Ich schreibe seit vielen Jahren Bücher für euch. Diese Bücher lese ich euch auf diesem Kanal vor. Aber nicht nur das. Ihr könnt sie, wenn ihr wollt, auf dem Bildschirm mitlesen. Darum habe ich sie Lese-Hörbücher genannt. Wenn ihr keine Lust habt mitzulesen oder wenn euch der Text zu schnell über den Bildschirm huscht, kein Problem. Dann hört einfach nur zu. Für mich ist das Wichtigste, ihr habt Spaß dabei. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und vielleicht Lesen. Euer Joachim Friedrich Hallo liebe Eltern Auch euch möchte ich ganz herzlich begrüßen. In den nun mehr als 30 Jahren, in denen ich Bücher für Kinder schreibe, habe ich auf vielen Lesungen in Schulen und Bibliotheken erfahren können, wie gern Kinder sich vorlesen lassen. Wir wissen aber auch, wie wichtig das Vorlesen ist, um Kindern Spaß am Bücherlesen zu vermitteln. Mit diesem Kanal habe ich versucht, beides zu verbinden. Hören und lesen. So wie ihr das gerade auch hier sehen könnt. Das Lesen soll dabei fast nebenbei passieren. Denn wir wissen ja alle, dass der Bildschirm ein Augenmagnet ist. Für mich ist das Wichtigste aber immer noch, dass den Kindern die Geschichten gefallen. Denn nur dann werden sie auch Lust haben, sie zu lesen. In diesem Sinne wünsche ich auch euch viel Spaß bei den Lesehörbüchern. Euer Joachim Friedrich Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020